ja herzlich willkommen zurück zu 7 days to die warum sind wir hier in der schneewelt warum ist tag 1 das liegt daran dass wir oder dass mir ein spielchen crash ist aus gründen die ich nicht verstehe und mein safe dann weg war lustig habe ich gefreut ich mein gut war jetzt erst siebte nacht also wir hatten sie noch nicht wirklich viel und ich habe jetzt hier mal gesagt bevor ich jetzt weiter random spiel da wo ich mich eh noch nicht so gut auskennen spielen wir jetzt einfach mal von vorn weiter nur wieder auf dieser standard map und ich muss aufpassen denn ich kann hier erfrieren ich bin nämlich im schnee gebiet was nicht so cool ist okay 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 das ist schon nice was ich finde wir können gleich anfangen dann zu kochen jetzt hier nehmen wir mit so hallo toilette nichts und nehmen wir alles mal mit ja ich habe nicht gerade ein bisschen lust auf diese ja ganz nett wenn ich jetzt noch was anständiges finden würde also hier zum zeug werden wir jetzt einfach aber ich will hier nicht bleiben denn ich weiß noch weiß noch das noch nicht in welche richtung aber ich gehe jetzt einfach mal hier die straße entlang mache mal auch die quests hier und mir ein paar klamotten noch zwei steine zwei holz die axt ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich weiter nach oben gehe oder ob ich ich sagen richtung normales grünland gehe und schule gut dass das schnee brauche ich einen wenn wir kalt wird es erstatt kalt und ich brauche die klamotten dann zufällig okay ich muss jetzt mal gucken ich kriege ich so nicht tut mir weg drüben ist grünland schon wieder grünland ok durchsuchen dann gehen wir ins grüne alles mit alles mit am anfang rucksack eine pistole und den splint auch alles klar die pistole leute das ist gut finde ich war hier noch mal damit könnten wir jetzt schon fast aber ich will erstens ich möchte mich befrieren auf das hätte ich überhaupt keinen bock wenn ich befrieren sollte aber so im zwischenland wo es nicht zu warm ist dass wir ständig ausdauerprobleme haben weil es uns zu heiß ist aber auch nicht halt shit oh wir sind ganz oben oh nö wir sind ganz oben ach shitty dann kann es sein dass wir hier bei dem laden schon mal waren und dass mir hier auch schon so kalt war da da schnell da schnell da da habe ich etwas netvolles gefunden glaube ich bin mir nicht sicher was war es firex sehr schön sehr schön sehr schön mit bauen wir uns abzubauen so ok wir gehen jetzt mal den weg hier entlang und jetzt in den autos von da sind wir gekommen dann gehen wir hier weiter runter auch noch mal ein rückstack ich habe einen guten club muss ich ja mitbauen weil mir wird weiterhin kalt glaube ich sollte es auf jeden fall naja mal gucken weiter ausschalten da ist was gutes drin die anständige hosen noch mal klappt die dass ich jetzt dann langsam mal dann plus 3 isolation an das grabben dann gehe ich weiter das sind noch mal zwei rucksäcke oder zwei reifen zwei reifen aber hier ist ein rucksack eine witze und wasser plus 5 square grab ok wir werden jetzt sogar warm genug angezogen im winter überleben oh so kommt jetzt noch mal eine die nehmen wir mit hier durchfrosten wir noch mal kurz ok der ist natürlich besser warum so einen guten start ok wir halten einen mining helm so ich würde fast sagen hier eine tankstelle da spawnen zombies das hört man nicht aber bei so tankstellen müssen wir uns merken können ähm autoteile droppen jetzt ist die frage kriege ich euch mit einem schuss in den kopf tot wenn ich jawohl äh oh aller ich auf jeden Fall schon mal nicht ich glaub mal nach so oben auf dem dach ist auch einer ok du bist immer noch nicht tot da oben ist auch einer so alter ich hab echt daneben geschossen hab noch vier schuss nehm ich alles mit ähm ich drop ich nehm mich mit ich werde jetzt hier kein auto oder so zusammenbauen können mich ja sie jagen mich ok ist es hier offen lockt lockt ok ich glaub ich mach mal die zombies hier den einen kaputt oh zwei schüsse die krankenschwester auch noch so wir hatten oh Gott die haben alle so gutes zeug gerade dabei äh drop ach oh Gott ich hab keine munition gerade aber ich behalte die Waffe ähm ich sollte mir irgendwo mal gucken kann ich weg hier hoppen shit hallo hühnchen ich brauch ich brauch ne basis ich brauch ne basis und zwar mach ich die hier ist ne tankstelle jetzt muss ich mal ganz kurz gerade Straße ok wisst ihr was wir werden uns ähm hier eine freie stelle suchen also so ne flache machinery soll ich nach den Feldern hm 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 ich weiß glaube das auf diesen Feldern sind immer noch so ein bisschen geborend hab ich noch Platz für Holz ajuh private ia com baue ich jetzt hier mal auf alle Bäume ein da wo ich dann vorbeilauf ich möchte jetzt nicht an dem das ist jetzt nicht so einfach ich mich aber jetzt fast irgendwo ich habe hier zu viel aber wisst ihr was wo wir bleiben entscheiden wir in der nächsten folge wir werden uns habe ich mir gleich mal so eine holzhütte bauen lagerfeuer drumherum und uns erst mal um die basis kümmern das sollte eine basis sein die leicht meine ich brauche irgendwas für die siebte nacht ich muss daran schon denken na gut leute ich werde hier einfach mal als querfeld eingehen und unseren platz aussuchen wo wir bleiben und ich suche jetzt hier einen platz und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder leute tschüss tschüss